Seit ihrer Teilnahme an der beliebten Datingshow Bauer sucht Frau sind Arne, 31, und Antje, 31, unzertrennlich, jetzt überraschten die beiden mit einer pikanten Nachricht. Bauer sucht Frau, Happy End für Arne und Antje. In der vergangenen Staffel Bauer sucht Frau verschenkte wieder der ein oder andere Landwirt sein Herz, so auch Milchbauer Arne. Bereits beim Scheunenfest funkte es zwischen dem schüchternen Landwirt und seiner auserwählten Antje. Mit zaghaften Schritten kamen sich die beiden während der gemeinsamen Hofwoche näher und wurden schließlich offiziell ein Paar. Mittlerweile plant das Bauer sucht Frau Pa ihre gemeinsame Zukunft miteinander, Antje soll schon bald als Mädchen für alles in das Familiengeschäft einsteigen und zu ihrem Arne auf den Hof zielen, welcher bereits damit beschäftigt ist, das gemeinsame Liebesnest zu renovieren. Bauer sucht Frau, was hat dieses Posting zu bedeuten? Die beiden Turteltauben konnten nicht nur gegenseitig ihr Herz gewinnen, sondern auch das der zahlreichen Zuschauer. Seit der Ausstrahlung gelten die beiden als echte Publikumslieblinge. Für ihre Community hielt das Paar jetzt eine besondere Überraschung bereit. Via Instagram teilten Arne und Antje nämlich kürzlich ein Bild, auf dem das Paar vor laufenden TV-Kameras zu sehen ist. Bauer sucht Frau, freudige Neuigkeiten. Auf den Schnappschüssen halten sich die beiden verliebt im Arm und werfen sich dabei zuckersüße Blicke zu. Dazu schrieb das Traumpaar. Bald geht es bei uns auf dem Hof wieder mit kleineren Dreharbeiten los. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald etwas zu sehen ist. An was genau Arne und Antje aktuell arbeiten, bleibt bisher ein Geheimnis. Die Follower scheinen sich allerdings schon jetzt zu freuen. In Windeseile sammelten sich unter dem Posting Kommentare, wie Wir freuen uns schon, und ich kann es kaum erwarten. In Windeseile sammelten sich unter dem Schnappschüssen. Wir freuen uns, wenn wir uns bei 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 uns Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020